was geht leute und herzlich willkommen hier zum letzten ankündigungsvideo ja ich habe jetzt drei viermal gebraucht das auszunehmen weil jedes mal musste ich mich versprechen oder irgendwas ist passiert aber jetzt klappt es ja auf jeden fall es gibt heute so 3 4 9 wichtige infos für euch wichtig auch für den kanal fangen wir mit der setform wir haben die 2k abonnenten erreicht jungs was soll ich jetzt noch dazu sagen mittlerweile sogar 2k und 18 abonnenten oder ich weiß es nicht ich bedanke mich es wird dafür noch auf jeden fall ein best of geben aber da ich kein best of machen kann denn das ist für mich ein bisschen kompliziert und so alles wollte ich mal fragen wer kann mir ein best of erstellen welcher kanal hat es drauf welcher youtuber youtuberin hat es drauf ihr müsst nicht alle videos nehmen gar kein fall ihr müsst nicht alle videos von video 1 bis video 300 oder so nein ihr könnt beispielsweise video ein paar schnitte zeigen wo ich irgendwie bei video 1 habe ich ja nicht mal geredet irgendwo ich das erste mal geredet habe oder das letzte irgendwie wo mir gespendet wurde durch jens oder was weiß ich dann ganz schnell an jetzt noch mal ja solche sachen halt ein paar kleine ausschnitte ein kleines best of sort irgendwie gut bearbeiten zum beispiel so hat alles begonnen und bla 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 ihr habt das schon drauf manche haben es von euch drauf ihr werdet auf jeden fall von mir verlinkt auf jeden fall und ich werde euch auch bei instagram verlinken auf jeden fall würde ich mich freuen wenn ihr das erstellen könnt und dann sendet ihr mir privat oder ich schreibe mir auf youtube habt ihr best of erstellt gitarren und dann ist schon alles in ordnung ich würde es freuen wer das hinkriegt welcher kriegt oder welche kriegt das hin werde ich schauen wer das hinkriegt auf jeden fall bedanke ich jetzt an der stelle schon wenn das einmal hinkriegt das war es noch mal dafür hammer und ach ja noch kleinigkeiten wie die best of machen ihr schreibt mich mal bitte an egal auf insta oder so schreibt mich mal bitte an denn ich habe noch eine kleine szene aufgenommen wo ich live counter die zeit kam eine reaktion das könnte man auch im best of noch mit reinpacken ja genau das war so zum zeit kam aber spezial auf jeden fall ich bin mittwoch also morgen abend um zwei uhr morgens ist mein flug in die türkei nach israel geht es hin und ja ich freue mich mit meinen eltern es werden keine live streams erst mal kommen und keine videos denn da ist es natürlich zu essen ja nur zehn tage es ist nicht so schlimm wäre es ein monat ein monat kein video wird auch bis in den kanal schauen aber zehn tage das ist schon in ordnung das klappt schon so ist schon okay dann werde ich auf jeden fall morgen abend fliegen und denke mal wir sind dann so drei stunden im flug und sind um 6 uhr morgens oder so da im hotel mit taxi und so alles da denke ich ja auf jeden fall wenn dann halt so zehn tage keine videos kommen ich denke mal natürlich werde ich paar blogs aufnehmen in diesen nicht zehn tagen ich werde immer gucken wo wir sind wenn mal irgendwo besondere orte sind mit meinen eltern dann werde ich direkt aufnehmen natürlich aber wenn ich merke sind einfach so mehr oder so und dann denke dann spreche ich mir das auch jungs und mädels weil ich kann ich bin da im urlaub kann da ein bisschen ruhe haben und auch ein bisschen ich habe ja nicht habe ich bin ja nicht ich werde ich auch mal youtube das ist ja nur zehn tage es ist ja kein weltuntergang und ja auf jeden fall vielleicht sieht man sich weil ich habe gehört dass viele abonnenten auch in die tukai nach israel fliegen und vielleicht 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 ne man weiß ja nie vielleicht sieht man sich im gleichen hotel ihr werdet mich schon sehen mit wenn ich da aufnehmen werde nein ich mache spaß aber man weiß ja nie ne okay das war's mit den ankündigungsvideos das war's mit 2k aber spezial was auf meinen kanal kommen wird für 2k abonnenten und auf jeden fall würde es mich freuen nochmal wenn einer ein best of machen könnte ich weiß es ist viel arbeit und ganz ehrlich ich kann nicht mehr als euch zu verlinken und mich bedanken ja das war's mit ankündigungsvideo und ich denke mal heute ist ja dienstag ja vielleicht gibt es heute abend noch mal ein live scream und morgen ist mittwoch vielleicht morgens und morgens oder mittags morgens 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 und ja das war's auf jeden fall haut rein dankeschön fürs zuhören an die leute die bis hierhin zugehört haben ich weiß ja viel geredet aber es ist ganz ehrlich wichtig für den kanal das war's haut rein danke nochmal fürs zuhören und ich weiß nicht wann wir uns wieder hören also heute im stream oder morgen im stream aber danach von uns wieder hören weiß ich nicht haut rein ich wünsche euch einen schönen tag bis später und tschüss